so ich dachte der host ist zwangsweise ist mir egal ob das blau ist oder nicht sucht euch hauptsache ein gleiches team und wir gehen nur um ob zwar macht jetzt auch sonst noch mal ein problemchen ich würde sagen wir fangen erst dann geht los ich habe dich auch noch retten muss wo ist er denn da ist er das meine du arsch der kam gerade auf mich zugeflogen ich muss den weg gehen oder was dort hast du verdient wenn der ball mit einem weg damit ja habe ich oder auch nicht ich fliege noch durch die luft kein boost er ist natürlich nicht genau dafür fehlt mir die konversationen das bleibt das bietet aber so ein bisschen chancengleichheit also das ist wirklich ich hätte mich er hat mich blockiert das ist ja gar nicht das auch guck da warte auch voll weggehauen a Ah, das gibt ja eine IFA. So, ist Cutler jetzt überhaupt noch hier? Ja. Ah Gott, perfekt. Nicht, dass dann nachher die Dokumentation fehlt. Wird die Demütigung ja nur aufgenommen. Ich glaub das nicht. Ach, vor Höhen tut er ja auch noch, oder was? Kein Problem, easy going. Irgendwie müssen wir unseren nicht-können, ich war drauf, ausgleichen. Psychologische Kriegsführung. Ja, ja, ja. Eingüterungstaktik hier. Hast du das? Nö. Klasse. Bin ich nicht getroffen. Oh, Kacke, das ist mein... Oh, nein. Ah, wir haben noch... Wir haben noch drei Minuten Zeit. Ja, Kacke, guck, 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 lass doch mal an da. Ich weiß, der geht auf meine Kappe. Die nehm ich. Das einzige, was jetzt noch fehlt, ist wieder Disconnect von meiner Seite aus. Boah, nein. Lugt er mir auch noch hier. Nein! Faul, rote Karte. Ey, es geht mindestens 11 Meter. Wärme neu. Ah, was ist das denn? Ich voll Pro. Ja! Das war echt doch. Geiles Tor. Rasse. Auf einmal trifft man wieder noch. Ja, das ist echt Wahnsinn. Ich fahr. Ja. Gut. Gut. Lassen wir das. Gut. Oh, der ist eine minimale Chance. Ja, der Martin ist natürlich wieder vor Ort. Nein! Nein! Du bist vor Ort gewesen, um den zu verhalten, würde ich da mal sagen. Nein, ich hätte... ich hab... ich hab... egal... ich... auch wenn ich ihn nicht... nicht berührt hätte, der wäre da drinne gewesen. Ja, jetzt hätte er noch vorbeifahren können. Ja, ich wollte ihn aber irgendwie kriegen. Ja. Ich fahr. Ja, wenn du dran vorbeifährst, dann hat ich ihn seitlich weg raus. Zauberei hier. Also... Das werden interessante Spiele. Wow! Wieso hab ich dafür jetzt Zauberei gekriegt? Du stimmt zurecht. Kriegst du die eben? Ja, ne? Ich stehe da vorne irgendwie die ganze Zeit alleine, das gefällt mir nicht. Ja, das war schon. Ja, das war schon. Ja, das war schon. Oh Mann, oh. Oh, Chance, Chance, Chance! Nein, der Martin ist da! Du Arsch! Oh nein! 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 Oho, kacke! Einer hätte hinten bleiben müssen. Verdammt! Ich fahr. Jo. Oh Mann, das wird ein Krampf für mich. Oh shit. Ja, ne? Ich hab auch keinen Boost. Das ist voll schrecklich. Und, sorry. Nein. Wer geht wieder rein? Ja, ich bin... Kacke, wir müssen uns... Einer muss hinten bleiben, weißt du was? Das holen wir auch nicht mehr auf. Ja, haben wir noch zwei Spiele. Ja. Ja. Nur noch eins, wenn das nächste auf verliert. Ja, mal positiv denken. Ich fahr. Ups. Nein. Hast du? Ja. Aber der ist natürlich auch wieder vor Ort. Den wundert's. Oh. Aura. Kommen wir so noch ein Tor drin oder nicht? Ja, so nicht. Ah. Aber so vielleicht? Ja, natürlich nicht. Hier denn auch. Und wieso? Ja, cool. Der Martin ist einfach überall. Ja, ich weiß. Natürlich. Ich hab drei Fahrzeuge, die ich gleichzeitig steuern machte. Ja, das war's. Oder? Ja, wo fährst du vier Gliedmaßen, ne? Das war's. Das war's. Das ist der Nippmativen jetzt hier. Immer das gleiche, ne? Ja. Na dann. Mal noch ein Game? Was? Ja, wieso? Aber das... Das Match ist jetzt nicht gelaufen, ne? So sehe ich das auch, oder? Nee. Best of free. Das heißt, ihr spielt mindestens zwei Spiele. Ja. Ach so. Wer zuerst zwei Spiele gewinnt, das Team hat gewonnen. Ach so. Es hat noch nichts verloren. Oh, guck. Auf, 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 auf. Das... Das wo ist, das wusste ich gar nicht. Also echt, ihr keine Ahnung. Ich habe das... Hat mir nie mal gesagt. Best of free spielt da. Ja. Ja. Oh, die war gleich noch kaputt. Mit Vorsatz. Und mit Recht. Ah, das gibt's nicht. Ja. Ich fahre. Ich fahre. Ja. 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 Was ist da? Nein! Ein blaues Auto hat den Weltverkehr fehlt. Ich werde verrückt. Das gibt's ja nicht. Oh. Oh. Den nehme ich. Nicht. Oh, du Arsch. Das gibt's ja nicht. Oh. Das war... Das überprüfen wir mal eben kurz. Jetzt spielen wir jetzt vier gegen gar keinen oder so. Drei gegen eins oder nicht? Oh, man. Der Ball sprang ein bisschen auf einmal über die Verbindung weiter. Oh, natürlich. Oh, kacke. Nein. Fuck. Nein! Nein, 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 nein. Du sollst dir kein Vorbild annehmen. Jeder darf mal, oder wie? Oh, verdammt! Ich wollte noch irgendwie... Na gut, es wäre zwar egal gewesen, aber trotzdem... Ey, ich fahre hin. Ja, alles klar. Alter. Ich glaube, wir müssen Jojo rehabilitieren jetzt für das zweite Spiel. Ja, ohne Scheiße. Das geht doch so nicht. Ah, kacke. Sehr gut. Wie ein Schwein. Schwein? So, nimm das. Alter. Das holen wir aber jetzt nach, würde ich sagen. Du fliegst hier gleich raus, Kollege. Hast hier nichts zu suchen. Alter. Alter. Nur nicht nur die Hälfte rum. Nur nicht nur die Hälfte rum. Ne. Ha, Chance! Vergeilt. Ja. Ach, ich. Nix kann noch. Verdammt. So, zum Meier da. Nein. Oh, fuck. Das gibt's doch nicht. Oh. Ah, prügelt er sich einfach. Weil die Geburse immer noch rauskommt. Ja, das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Oh, fuck. Das gibt's doch nicht. Oh. Ah, prügelt er sich einfach. Weil die Geburse immer noch rauskommt. Ja, das geht doch nicht. Nicht fahren, kann mich nicht drehen, fängt gar nichts. Ach. Hab ich. Also nicht. Yo, was denn sonst? Oh, der hätte wohl ein Tor werden können, ne? Ja, mach ich doch gerade. Ja, mach ich doch gerade. Hahaha. Da fehlt einfach Boost. Ey, Mann, der Ehrentreffer. Ja. Und dann auch mal Eigentüro von Anna. Oh. Oh. Immer hab ich keine zweistelligen Punkte mehr. Immer hab ich keine zweistelligen Punkte mehr. Ja. Geh schon wieder voll in die vollständige Hälfte rum. Ja, danke, Simon. Komm nicht weg. Da will ich ihn noch ja nicht kriegen. Alter, was machen wir hier eigentlich? Ich hatte mich eben die ganze Zeit... Ich wollte mal Kuchen trinken und... Ich hatte nur einen Molter gehört und dachte, das wäre hier... Ja. Du hast mich doch zuerst angeschubt. Dann bist du einfach weitergefunden und dann hast du deinen Kollegen geholt. Ach. Ach. Oh Mann. Es ist sowas. Ja. Oh Mann. Das ist ein kleines Kellerschön. Das ist pein swell. Oh Mann. Tja. Oh Mann. Joe. Tja. Tja. Die Glocke. Eine Lange. Ah, was war das? Ich hatte ja den Boost mehr, um ihn zu lenken. Natürlich ist er ein guter. Sehr schön. Ich kriege da auch noch sein Tor. Mit dem DeLoreal macht er da. Ich komm, es ist so ein Tor. Oh, Arsch. Da. Wer dient hast du das? Kiel holen muss man dich. Und Tor Nummer 10. Alter. Zwei-Stelligkeit. Da hätt ich auch noch mal Fass gekriegt, aber da war das Wochenende. Jetzt muss ich mein Leben verrückte. Nee, ich seh das, komm. Aber er ist noch nicht. Ich dachte, er kommt. Ui, die hätte ich fast noch gehabt. Oh, komm schon. Oh, komm schon. Ich weiß gar nicht, gibt es eine Tor-Differenz in der Tabelle? Nee, direkt auf der Vergleich. Ich weiß nicht. Na, Glück gehabt. Und aus! Aus ist vorbei. Scheiße.